moin moin und herzlich willkommen zurück zu raft ich bin es euer max deus und wir sind immer noch dabei das hier alles auszubauen hier und da kommt jetzt schon wieder ein fass bzw eine kiste die wir haben wollen weil wir wieder jede menge holz brauchen so den schnappen uns auch und wir haben ja in der letzten folge endlich mal etwas bekommen und selber aufgebaut womit wir mit dem müll wird anfangen können nämlich das ding hier wo wir kunststoff reinpacken können seiler als beispiel wenn wir sowas hier haben oder steine dass wir das alles reinpacken können ich habe nur keine ahnung ab wann es anfängt irgendwie dass da was passiert oder passiert da schon was irgendwie irgendwo nur ich sehe es nicht ich weiß nicht ich sehe aber auch grad wir sind am verhungern fast am verhungern wir müssen mal ein bisschen was essen ich glaube ich glaube wir können uns mal hier mangos haben wir ja eh einiges du hast haben wir auch ohne ende jetzt mal jetzt nicht mehr so dann tauschen wir noch einmal die mangos gegen die pilze dann schnabulieren wir mal die pilze ich glaube wir essen jetzt gleich die ganzen pilze weg ist dann halt so so was können wir noch da reinpacken das hier auf jeden fall hoppla und wir könnten eigentlich auch mal wieder die dinger hier braten brutzeln so wie viel holz haben wir wir brauchen ja die dinger hier 14 von ich weiß jetzt auch nicht wie gerade gezählt habe aber ich sehe gerade wir haben wir haben aber ein paar fässer verpasst die wir nicht mehr kriegen können ne ist aber auch nicht so schlimm das ist gerade wirklich nicht so schlimm wir können aber das hier jetzt mal nach oben packen oder ne wegen den antennen glaube ich noch nicht wir müssen erstmal oben rum alles ausbauen da kommt jetzt ein fass auf uns zu den da werden wir verpassen wenn wir nicht den so uns holen ach komm so jetzt aber ja nice das haben wir geschafft den schnappen uns ist das eine kiste oder ein fass da hinten das da bisschen nach einer kiste aus aber wir packen erst einmal kunststoff wieder da rein und das hier auch auf jeden fall so und dann schauen wir mal unten wieder wie sieht es hier aus ah nochmal ein bisschen was nice so jetzt gehen wir nochmal hoch das ist eine kiste die schnappen uns ich glaube der würde vorbeiziehen wenn wir so jetzt aber ja jetzt haben wir den oh ganze ganze 5 palmblätter 6 palmblätter ich habe aber wirklich keine ahnung vielleicht muss der einmal komplett voll gemacht werden und ich weiß nicht wie voll der sein muss so wie viel wir haben wieder 10 das wird eine gute runde dieses mal was haben wir jetzt hier wir haben wieder planken also 12 13 ja wir können nochmal oben zwei stückchen basteln so und so ah nice kommen die eine planke packen wir noch da rein hier haben wir alle soweit erstmal voll vollzählig oder ja können wir eigentlich ja wir können da bauen ok das liegt wahrscheinlich wegen der wegen den dingern ok so haben wir irgendwelche fässer verpasst das war zu der insel eben ganz schnell da können wir da noch mal ein bisschen holz mitnehmen und vielleicht finden wir da noch irgendwas anderes ein kleines bisschen mehr so können wir eben auch noch mal kurz nach unten gehen vielleicht finden wir da haben wir da wieder was ja ein palmblatt können wir gerne hier hinzutun so ein kleines bisschen mehr hier sieht aus als wäre da oben noch irgendwas anderes da bin ich jetzt gespannt was da noch dazu kommt nein da ist eine kiste ja dann machen wir jetzt eben so wir werfen den Anker und dann nochmal nach ganz oben holen wir uns zuerst die kiste wir holen uns zuerst die kiste komm wo ist Boris da hinten ist Boris da ist die kiste Boris ist auf dem Weg wo ist die kiste da ich sehe ihn nicht da ist er ich hoffe der ist jetzt nicht hinter mir doch jetzt hat er mich im visier und daneben haha 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 Boris und oh nein diesmal hat er mich diesmal hat er mich erwischt das alte Spiel zwischen Boris und mir hier das alte Spiel so aber wir haben es geschafft hierhin so wo haben wir die Axt hier vielleicht können wir die Dinger auch jetzt in das eine Teil da reinschmeißen die roten Blumen als Beispiel in den Recycler oder die gelben probieren wir mal aus die weißen Blumen ich bin gespannt was wir da alles kriegen können und ich habe auch Blumensamen bekommen sehe ich gerade dass wir auch noch mal ein paar Blumen züchten können sagt man das so zum Blumen züchten bin ich mir gerade echt nicht sicher hier blaue Blumen auch noch mitnehmen so oh ist doch so voll mein Inventar ähm ja ich würde sagen wir essen vielleicht mal die paar Rüben weil wir schon hungrig sind und trinken die Kokosnüsse so dann haben wir jetzt nochmal Platz im Inventar komm ich will da hoch ah ok was war das Palmsamen was kann ich statt oder warte wir gehen nochmal aufs Schiff wir probieren erstmal aus ob wir das alles hier da zum Recyceln da lassen können Boris ist wieder aufmerksam auf uns geworden komm komm Boris und da komm hoch 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 so wir haben es geschafft Boris erwischt uns nicht können wir mal schauen ok Palmblätter ah ja Palmblätter funktioniert die Samen kann ich nicht hier reintun ok kann ich die Blumen hier reintun auch nicht das finde ich jetzt schade da bin ich enttäuscht hätte ich mir gewünscht dass ich auch die Blumensamen da also die Blumen oder die Samen da reinpacken kann aber dann brauchen wir brauchen wir hier weniger mitzuschleppen das finde ich jetzt aber auch schade also wir können nicht alles müllen was wir nicht brauchen da recyceln Boris bitte bleibt auf Abstand ok doch nicht so und nochmal hier hoch blauer Samen ja brauchen wir nicht oh Wassermelonen und hier nochmal eine Kiste oh wie viele Planken wir wieder haben sonst haben wir hier glaube ich nichts mehr außer Ananas ok dann würde ich sagen können wir weiterziehen wo ist Boris ich sehe ihn gerade gar nicht da ist er so Anker lichten ich habe so ein Gefühl wir nehmen gleich wieder unseren Müll mit ja sind schon dabei den mitzunehmen habe schon gehört so und jetzt können wir wieder so und wieder einlagern was wir alles haben ah wir haben hier keine Seile mehr ok stimmt wir hatten die ja in den Müll geschmissen in den Recycler Ananas Samen so Schrott packen wir hier mal zusammen ähm Bolzen was haben wir noch neues Plarnier Plarnier haben wir schon 40 Stück mehr brauchen wir eigentlich auch gar nicht das heißt dass wir Kokosnüsse haben wir auch schon voll die Dinger müssen wir mal putzeln mhm wo habe ich Ananas hier jetzt haben wir auch Ananas voll und Wassermelonen haben wir auch noch voll das heißt wir werden heute ordentlich essen so dann kann ich jetzt mal den Müll hier wieder einsammeln ja komm ich kann die hier rausschmeißen Boris ich habe Essen für dich so hier paar Blumen paar Blumen paar Blumen so guten Hunger Boris ist alles für dich was Planke platzieren ich kann mit Planke das Ding voll machen wir hatten hier noch irgendeinen Müll da nochmal gelbe Blumen so und weg damit so 25 Planken haben wir mal schauen wie voll wir das jetzt oben kriegen also definitiv weit werden wir nicht kommen hier 1 2 3 und hier auch nochmal 1 das war's mehr haben wir nicht geschafft finde ich super wir brauchen wieder mal eine große Insel da erkenne ich jetzt keinen Baum oder nope ich erkenne da jetzt keinen Baum gerade eigentlich mal schauen wie voll das wieder unten ist ob da unten was benümpftiges angekommen ist ja zwei Planken nochmal das heißt wir können hier nochmal so eine halbe oben irgendwo hin packen also würde das hier passen also passen definitiv ja aber so nochmal so perfekt das gleiche da auch nochmal wir brauchen wirklich dringend eine große Insel und da vorne kommt wieder eine Kiste nice so wir müssen ein bisschen abwarten bis hier ist vielleicht vielleicht kommen wir schon dran das bezweige ich zwar sehr aber irgendwas muss ich ja tun anstatt hier nur blöd rumzustehen und noch einmal versuchen vielleicht sind wir diesmal weiter ja diesmal sind wir weiter das heißt jetzt abwarten und gleich ziehen jetzt ja und wie viele Palmblätter wir jetzt bekommen haben wir müssen wieder was essen und trinken so was können wir hier reinschmeißen Plastik würde ich jetzt mal auch bewahren würde ich sagen wir können aber das hier auch mal hier reinschmeißen weil wir haben eh schon mehr als genug davon wie viel Schrott habe ich jetzt dort in der Tasche äh äh Tasche hier ja das bewahren wir hier mal auf und das hier auch und den das hier ist aber auch schon übelst voll was ich aber mal machen könnte ist die Dinger mal einschmelzen oder die hier haben wir Ewigkeiten nicht gemacht oder was auch eine Idee wäre was wir mal machen könnten wir hatten hier doch irgendwo Fernglas da was bräuchten wir dafür zwei leere Flaschen einen Bolzen vier Glas und vier Seil hätte ich Bock den zu machen hätte ich wirklich ganz ehrlich hätte ich Bock mal schauen wie es unten jetzt wieder aussieht wir tauschen mit dem hier erst einmal wir machen erstmal das ganze Metall da weg hä der braucht eine Batterie und ich wundere mich warum der nicht funktioniert komm wir nehmen den einfach Batterie aufnehmen und ich wundere mich die ganze Zeit warum der nicht läuft okay können wir den hier schon mal hier reinpacken das hier hin und die hier hin wir sammeln die und die erstmal wieder machen die voll ich habe mich jetzt wirklich gewundert warte ich kann doch jetzt bestimmt wieder füllen kann ich nicht füllen vielleicht weil der gerade läuft deswegen gehe ich voraus so mal schauen unten haben wir bestimmt wieder was ja wir haben hier wieder ordentlich was alter wie viele Planken wir jetzt wieder haben so dann machen wir den hier erstmal und wieder ganz normal die und wir haben da wieder eine schöne Insel so ist hier jetzt was dazu gekommen Neues noch nichts okay hier kam noch nichts Neues dazu so ich würde sagen wir können auch jetzt schon mal den Anker lichten Anker werfen es tut mir leid Anker werfen so nehmen wir auch schon mal wieder mit jetzt müssen wir Kalblatt ja nice Müllwürfel wir haben Müllwürfel was machen wir mit dem Müllwürfel hier kann ich den auch noch nicht hin tun kann ich den erstmal hier hin tun komm die tun wir mal da hin leere Taste die brauchen wir ja gar nicht mehr Schmutz können wir eigentlich auch entsorgen ich tue die mal hier hin Schmutz brauchen wir ja noch nicht okay dann gehen wir einfach mal da hin zur Insel Boris ich seh dich nein Boris Autsch manchmal hasse ich Boris aber man hat den aber auch irgendwie lieb ich weiß nicht warum so komm ich will doch hoch da hinten ist wieder eine Kiste da ist eine Kiste die müssen wir uns gleich holen ist hier nicht mehr doch Wassermelonen die nehmen wir mit und Ananas aber mehr ist hier auch nicht so 15 Klang haben wir wieder und hier unten haben wir wieder Metallärzt aber die brauchen wir aktuell nicht da hinten ist Boris ich muss mich beeilen bevor er es wieder schnapp macht haben wir wieder hier drin was nö okay das war jetzt nicht das was ich machen wollte so es müsste aber mal irgendwie hallo es müsste eigentlich mal eine Möglichkeit geben äh dass ich von hier oben vielleicht Anker werfen könnte oder so okay den Becher kann ich hier nicht reinschmeißen dann würde ich sagen dann würde ich sagen wir schmeißen den irgendwie anders weg und den brauchen wir gar nicht mehr aber wir haben hier wieder meinen Müllwürfel so der kommt hier hin nice das kommt hier rein Palmblätter muss ich auch noch gleich entsorgen der Metallbaden ist hier hin Kokos, das haben wir voll Mangos kommen hier rein Ananas ist voll was Essen angeht sind wir gut beschluckt hier das müssen wir auch noch entsorgen gleich so dann schnell noch hier oben bisschen was aufbauen so und hier nochmal so wundertoll und unten haben wir ja die Kiste bestimmt aufgenommen äh haben wir die Kiste nicht aufgenommen nein Kiste nein wir haben die Kiste nicht aufgenommen äh scheiße ja egal die ist dann halt so noch ein bisschen so und hier nochmal ich kann da jetzt noch nichts draufpacken okay schade ah jetzt können wir das Ding nicht benutzen weil wir keine Batterie dafür haben weil wir das da jetzt benutzen okay dann schauen wir mal wie wir nochmal eine neue Batterie bauen müsste auch hier gewesen sein ne so dann haben wir jetzt eine neue Batterie packen wir die hier hin zu nahen andere Antenne muss das wohl sein und funktioniert das jetzt funktioniert das jetzt ah ok wir müssen aber da hin fürs nächste Ziel wir müssen irgendwie schauen wie wir da hinkommen beziehungsweise da ist ein Floß komm wir gehen zum Floß dann schauen wir mal oh wir haben wieder neuen Müllwürfel so und das muss da rein kann noch irgendwas da rein ich glaube die das funktioniert nicht oder nope können wir das so irgendwie wegschmeißen und den schnappen wir uns nice können wir nochmal ein bisschen hier was aufbauen so und ich würde sagen wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder vielen Dank dass ihr mit dabei wart ich bin's euer Max Deus und ciao SESID SESDIBEL SESID 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018